Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten TV-Lowboards. Das High-End-Produkt in unserem TV-Lowboard-Test geht an das Vasagle TV-Lowboard. Eine 147 x 40 cm große Ablage für Fernseher bis zu 65 Zoll, drei offene Fächer zum Ausstellen ihrer schönsten Dekostücke. Und wohin sollen ihre kleinen Geheimnisse? Die drei Schubladen unten bieten eine praktische Lösung. So entsteht ein robuster TV-Schrank, der bis zu 105 kg tragen kann. Dieser Schrank ist bereit, den Test der Zeit zu bestehen und wird Ihnen über viele Jahre hinweg Freude spenden. Laden Sie Ihren Partner ein, den Fernsehtisch mit Ihnen zusammen aufzubauen. Dank gekennzeichneter Teile und einer klaren Anleitung wird dieser Tisch schnell in Ihrem Zimmer stehen. Genießen Sie zusammen einen Filmabend. Ein TV-Regal mit einer geräumigen Oberplatte, drei offenen Fächern, drei Schubladen, vier verstellbaren Füßen für mehr Stabilität und eine Möglichkeit, Ihre entspannenden Momente in vollsten Zügen zu genießen. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist das Mirjan 24 TV-Lowboard. Modernes Lowboard Nesezi Grifflose Technologie zum Öffnen Tip-On Zwei Klappen öffnen sich nach unten Mit zwei Gasdruckfedern Die Möbel werden in Paketen mit Montageanleitung zum Selbstaufbau bis zur ersten Tür geliefert. Unsere Spedition bietet keinen Montageservice an. Der Preis-Leistung-Sieger in dem TV-Lowboard-Test ist das Sunny TV-Lowboard. Maße des TV-Schranks 140 x 35 x 50,5 cm Mit der hochglänzenden schwarzen Oberfläche ist der Fernsehschrank moderner und eleganter. Die offenen Glasregale und Ablagen bieten ausreichend Stauraum für Sie. Sie können Bücher, CDs und CD-Player problemlos auf den Fernsehschrank legen. Türen mit Softclose scharnieren einfache Montage und geräuschlos. Die Schranktür schützt die Gegenstände im Schrank vor Staub. LED-Farben im Schrank sind einstellbar und mit einer Fernbedienung ausgestattet. Durch die starke Konstruktion ist der TV-Schrank stabil und fest. Dieser TV-Schrank in schwarz ist ein Must-Have für Ihr Wohnzimmer. Wenn Dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.